Hallo, ich habe eine kleine Bitte an euch und zwar wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr einmal auf closeup.de geht, hier auf diese Seite, oder guckt einfach in die Videobeschreibung, da werde ich den Link auch reinpacken und dann sucht ihr euch bitte maximal drei Top-Produkte aus, also eure drei Top-Produkte, die ihr gerne haben wollen würdet, also am besten schreibt mir dann in die Kommentare einfach so Platz 1, 2 und 3 oder wenn ihr nur eins findet, dann halt nur eins. Und zwar bitte nicht den Namen oder den Link von dem Artikel, sondern wenn ihr jetzt hier so etwas gefunden habt, ich habe hier jetzt mal die Batman Classic iPhone 5 Cover Handy Schutze herausgesucht und unter dem Namen hier steht immer die Artikelnummer. Bitte die nehmen und posten, nicht den Namen und nicht den Link, weil dann macht ihr mir das Ganze ein bisschen einfacher, das zu kalkulieren, was den meisten gewünscht ist und so weiter. Also sucht euch was cooles raus, maximal drei Gegenstände und dann zum Beispiel nochmal das T-Shirt hier, aha Artikelnummer ist das hier, das würde ich gerne haben, kopieren und dann einfach bei mir unten hier unter diesem Video als Kommentar posten. Warum ich das Ganze jetzt von euch wissen möchte, ist der ganz einfache Grund, da ich in Kooperation mit diesem Shop gerne ein Gewinnspiel machen möchte, wann genau werde ich euch noch nicht sagen, aber es hat was mit Abonnenten zu tun, da könnt ihr ja schon mal ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht wisst ihr ja wann es dann kommen wird. Und ja, genau dafür möchte ich wissen, was eure Top-Produkte sind, was ihr gerne haben würdet. Ja, ganz einfach erklärt, ganz einfach gemacht. Viel Spaß beim Stöbern durch diesen Shop. Vielen Dank.